Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es darum, wie ich Virtualbox Fenster jetzt anpasse, damit die auch genau zu meiner Streaming bzw. zu meiner Aufnahmeauflösung passen. Damit das Ganze nicht nochmal neu skaliert werden muss, damit das Ganze so ein bisschen schärfer aussieht. Ja und wie das funktioniert, das gucken wir uns gleich mal an. Bei meinen Videos ist es normalerweise ja so, dass ich auf der einen Seite, also wo ich hier sitze, da sitze ich halt und dann neben mir, dort ist normalerweise irgendwas eingeblendet. Also wie jetzt gerade diese Folie, die ich zeige oder das kann auch ein Virtualbox Fenster sein. Und für mich, für meine Aufnahmen, ist die Auflösung von 1400 mal 1080 ganz praktisch. Also 1080 ist die Full HD Höhe und 1400, das passt ganz gut so neben mich. Das Ganze ist natürlich keine Standardauflösung, also das ist kein Full HD oder irgendwas anderes, sondern das ist eine komplett krumme Sonderauflösung. Die kriegt man so einer virtuellen Maschine normalerweise nicht so wirklich beigebracht über einen Grafiktreiber, weil das einfach von der Distribution oder von dem Betriebssystem, was man da drin hat, so nicht vorgesehen ist. Aber man kann über Virtualbox Parameter, Kommandozeilen Parameter sich so eine neue Auflösung wie sowas hier zusammen stricken und wenn man die Gasterweiterung in dem System installiert hat, dann funktioniert das auch irgendwie. Und hinterher müssen wir natürlich auch noch das Fenster, also das Fenster, in dem Virtualbox drumherum ist, auch noch auf die richtige Größe bringen. Ja und wie das Ganze funktioniert, das sieht jetzt so aus, genau. Also als erstes starte ich mein Skript hier, das könnt ihr runterladen und da übergebe ich als einzigen Parameter den Namen der virtuellen Maschine. Mehr soll es auch nicht sein. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, wenn da jetzt nichts angegeben ist, dann wird Vbox Manage verwendet, um die Liste von den bereits laufenden virtuellen Maschinen aufzulisten. Und dann sehe ich, welche virtuellen Maschinen laufen und wie der Name und der Virtualbox da ist. Dann habe ich hier meine Auflösung, die ich gerne haben möchte. Also hier meine 1080 in der Höhe und die 1400 in der Breite. Und die Farbtiefe setze ich auf 32 Bit. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie der Fenstermanager von eurem Desktop arbeitet. Also bei mir ist es so, dass ich in der Breite, also in der X-Richtung, da nichts ändern muss. Aber ich muss in der Y-Richtung nochmal 50 Pixel drauf geben für die Fensterdekorationselemente, die im Fenster drin sind, die ich aber in meinem Video nicht sehen will. Also von daher muss ich nochmal 50 Pixel obendrauf geben. Nachdem ich jetzt berechnet habe, wie die Fensterbreite und Höhe sein soll, muss ich nochmal rauskriegen, wie der Fenstername von dem Fenster ist, in dem eine virtuelle Maschine ausgeführt wird. Da benutze ich hier WM Control minus L. Da kriege ich so eine Liste mit allen Fenstern, die gerade aktiv sind. Dann mache ich ein Grab da drauf und suche das Fenster raus, was quasi dieselbe Bezeichnung hat, wie auch meine virtuelle Maschine, die ich oben angegeben habe. Und dann schmeiße ich auch noch ein paar Sachen raus. Also ich möchte den Hostnamen nicht mit drin haben in dieser Bezeichnung. Der kommt da noch mit dran. Also das System, auf dem ich das gerade ausführe, also das muss noch weg, damit ich wirklich einen sauberen Fensternamen habe. Und der wird in dieser Variablen zwischengespeichert. Dann fange ich an und konfiguriere die virtuelle Maschine ein bisschen um. Also über diese Spezialparameter SetExtraDataGlobal kann ich da aktivieren, dass ich beliebige Auflösungen setzen kann. Das mache ich jetzt mit dem nächsten hier, Custom Video Mode 1. Darüber kann ich denn sowas angeben und es soll für diese virtuelle Maschine gelten, die ich oben schon definiert habe. Dann kommt hier so ein Parametersatz, der sich zusammensetzt aus der Breite, aus der Höhe und der Bitanzahl. Dann habe ich so eine spezielle neue Auflösung mit Bit-Tiefe in meiner virtuellen Maschine drin. Das klappt allerdings bloß, wenn die Gasterweiterungen auch installiert sind. Ja und dann als letztes über diesen Befehl setze ich das Ganze auch nochmal wirklich direkt, dass es auch live geschaltet wird. Da sieht dieser Parametersatz ein bisschen anders aus. Also die X kommen weg, da fahren wir jetzt Leerzeichen da drin. Und über Control VM, das ist dieser Befehl, mit dem das gemacht wird. Damit haben wir jetzt die Auflösung in der virtuellen Maschine schon gesetzt. Allerdings dieses Fenster, was drumherum ist, das müssen wir auch noch in der Größe ändern, sodass da keine Scrollbalken oder sonst irgendwas drin sind. Und das machen wir wiederum über dieses WM-Control minus R. Da brauchen wir jetzt diesen Namen von unserem Fenster, wie es bei WM-Control heißt. Und da haben wir wiederum so einen Satz mit Parametern. Und wichtig dabei ist die Auflösung, also Breite und Höhe. Hier allerdings nicht die Breite und Höhe, wie es in der virtuellen Maschine selbst ist, sondern plus diese Fenster-Dekorationselemente, die eben abhängig sind von eurem Fenstermanager. Also von daher müsst ihr höchstwahrscheinlich diese Parameter ja ein bisschen anpassen. Also müsst ihr mal mit rum experimentieren, so ein bisschen Try and Error und irgendwann kriegt man das raus, wie das ganz gut passt. Das Ganze habe ich bei mir unter Trinity. Also da ist es so mit meiner, ja mit meinem Thema, was ich dort verwende. Aber bei euch wird es höchstwahrscheinlich anders sein. Und die Auflösung hier, diese 1400 mal 1080. Ja, wenn ihr was anderes braucht, nehmt was anderes. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Eine für mich erfreulich kurze Folge, denn in der letzten Zeit waren ja sehr lange Folgen da. Und ich habe ja, was das Ausprobieren von Desktops unter Debian 12 angeht, noch ein bisschen was vor mir. Mit XFCE habe ich schon zwei Sitzungen gemacht. Ich bin immer noch nicht durch mit den Einstellungen. Also da werde ich noch ein bisschen Zeit rein investieren müssen, bis dieses Video kommt. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ja, ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten hier abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Und dann geht es nach. Und dann geht es nach. Untertitelung des ZDF, 2020